Die 31. Weltmeisterschaften werden in Verbindung mit den 36. Europameisterschaften an den Tagen 17. bis 25. September 1977 in der Ausstellungshalle auf dem Stuttgarter Killesberg ausgetragen. Obwohl die deutschen Organisatoren alles unternehmen, um den 186 Athleten aus 33 Ländern gute Möglichkeiten für den Start zu schaffen, bleiben die Enttäuschungen nicht aus. Es kommen nur wenige Zuschauer und auch das Leistungsniveau kann durchaus nicht befriedigen. Es gibt nur ganz, ganz selten wirkliche Höhepunkte. Noch ist der Schock von Montreal nicht überwunden. Ein Jahr zuvor wurden bei den Olympischen Spielen acht Gewichtheber wegen der Verwendung von verbotenen anaboliger Präparaten disqualifiziert. Nun fehlt die Muskelpille und die Leistungen sinken. Bereits am ersten Kampftag 17 Athleten sind in der Kategorie bis 52 Kilogramm Körpergewicht im Einsatz, werden Fehlversuche auf dem laufenden Band produziert und vier Sportler scheiden durch Totalversager aus der Zweikampfwertung aus. Darunter auch der iranische Olympiasieger und Weltmeister Mohammed Nasiri. Es gibt nur einen einzigen Athleten, der die Zuschauer begeistert, den sowjetischen Titelverteidiger Alexander Voronin. Er erreicht mit 247,5 Kilogramm im Zweikampf neuen Weltrekord. Hier absolviert Voronin den ersten Stoßversuch mit 130 Kilogramm. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Georgi Kösegi aus Ungarn wird mit 235 Kilogramm Zweiter. Franzisko Casamajor aus Kuba belegt mit 230 Kilogramm den dritten Rang. Für den letzten Versuch von Voronin wurden 140 Kilogramm aufgelegt. Er hat sechs gültige Versuche und ist wieder Weltmeister. Bei einem abschließenden Weltrekordversuch von Nasiri mit 141 Kilogramm 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 Vielen Dank.